Die Scouting-Dialoge bieten mir die Gelegenheit, mal eine Ansicht von außen zu bekommen auf die Projekte und auch Feedback zu bekommen. Und dann auch dementsprechend vielleicht Feedback, dass man Projekte weiterführen kann oder auch allgemein ein bisschen Input bekommt für weitere andere Projekte. Wir können selbst entscheiden, was wir hätten möchten zu dem Projekt oder zu unseren selbst Erfahrungen. Und ich habe dadurch viele, viele hilfreichere Tipps bekommen. Das habe ich dann ganz voll gut. Vielen Dank.